Moin moin liebe Supersuchtis, mein Name ist Fluppi, da ist der Zwangliibel. Hallo. Wo ist der Zwangliibel? Zwangliibel, wo bist du? Ich höre dich. Ha. Ja. Wir spielen Battlefield 3 und nicht irgendein Battlefield 3, nein, wir spielen Tatsache Battlefield 3 auf einem Server, der sich da schimpft. Die Supersuchtis. Wir haben uns überlegt, was machen wir denn für ein hübsches 6000 Abo Spezial. Und das ist unser 6000 Abo Spezial. Ihr könnt mit uns zocken auf Battlefield für einen Monat, also auf diesem Server hier. Und der Sweetness ist sogar noch, wir haben einen 32 Slot Teamspeak Server dazu. Den könnt ihr auch beitreten, wenn ihr auf dem Server seid, aber bitte auch nur, wenn ihr auf dem Server seid. Da haben wir dann Teamkanäle und so weiter, damit ihr sozusagen auch kommunizieren könnt. Und natürlich sind wir auch ab und zu da, damit ihr mit uns quatschen könnt. Nice. Ach, da ist ein... Ach, wie geil. Also ihr seht schon, es geht schon los. Also der Server hat 32 Slots und der Teamspeak Server hat auch 32 Slots. Das sollte erstmal reichen. Wir hatten ja auf Facebook kurz gefragt, schaffen wir einen 64er Server voll? Und ungefähr so ein paar über 30 Leute haben geantwortet. Und deswegen haben wir gesagt, okay, 32 Server reicht vollkommen aus. Kommt mit drauf. Und ganz, ganz, ganz tolle Sache. Wir werden eine neue Show damit starten, wo wir gegen euch antreten. Diese Show wird, ich denke mal, wöchentlich stattfinden. Nehmen wir dann auf. Selektieren einfach Leute aus der Community. Und ganz wichtig, ihr müsst uns am besten auf Facebook folgen. Denn da werden wir alles ankündigen. Sonst würde es hier ein bisschen fehlen, wenn man dauernd einen Trailer hier hochladen müsste und so, ne? Genau. Sag mir, wie oft spielst du Battlefield? Na, schon öfter. Wie oft wirst du jetzt Battlefield spielen? Na, schon viel öfter. Ja. Siehst du? Ja. Also 6.000 Abonds, vielen, vielen Dank. Joint uns auf Facebook, facebook.com slash die Supersuchtis. Dann seid ihr informiert, was diese Serveraktion hier angeht. Einen Monat können wir uns jetzt hier austoben. Wenn ihr übrigens Map-Vorschläge habt, also Map-Cycle-Vorschläge, dann postet die doch einfach unter das Video in den Kommentarbereich oder auf Facebook und dann gucken wir uns an. Und wo die Leute am meisten abstimmen, könnt ihr hier auch bei den Kommentaren einen Daumen hoch drücken, ne? Das geht doch? Ja. Werden wir uns angucken und dann natürlich auch beraten, ob wir das machen und so weiter und so fort. Wah. Ja. Ich wollte das eigentlich zum Ende nicht umbringen, aber egal. Laufst du nicht. Ist übrigens nur PC, also sorry für die Xbox und PS3, Leute. Da lass uns dann irgendwann auch nochmal was einfallen. Aber jetzt erstmal PC, weil wir am meisten PC zocken. Viel Spaß und so weiter. Geht ab sofort. Also die Daten sind alle in der Beschreibung. Wir posten es auch nochmal auf Facebook. Spaßig wird's. Auf jeden Fall. Super. Okay. Bye. Und? Boa. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017